Bad Düben ist die Erholungsoase nördlich von Leipzig. Idyllisch an der Mulde gelegen grenzt die Kleinstadt mit knapp 8000 Einwohnern an den ersten Naturpark Deutschlands, die Dübener Heide. Der historische Marktplatz und die Burg Düben liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Ebenso wie das Heidespa, eines der größten und modernsten Erholungs- und Wellnessressorts der Region. Im Südosten der Stadt entsteht nun am Luise-Haufe-Ring ein komplett neues Wohngebiet. 25 Baugrundstücke ab 99 Euro pro Quadratmeter. Die neue Siedlung ist bereits voll erschlossen, der Ring schon angelegt. Die Grundstücke zwischen knapp 550 und 1242 Quadratmetern bieten Platz für jede Idee. Nutzen Sie jetzt noch die Möglichkeit zur Wahl Ihres Traumgrundstücks nach dem Motto Freie Platzwahl. Die Gloozze-Haufe-Haufe-Haufe-Ring. 185 Prozentpunkte ab 1-2-2-3-1-2-3-√-1-2-3-4-2-4-1-4-1-4-1-4-3-4-2-2-4-4-7. Untertitelung des ZDF, 2020